Ein herzliches Willkommen zurück zu Clash of Clans, meine lieben Freunde. Ja, ich brauche Parts und die Parts erleben sich nun mal nicht von selbst. Einen haben wir noch, das ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem einen noch. Labor startet ich schon mal wieder. Komm, hau die Luftbombe raus. Ja, in dem anderen Dorf kann ich eh nichts machen. Daher. So. 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 Vielen Dank.